Hallo, mein Name ist Axel Schweiß und ich freue mich riesig auf das neue Projekt hier im UK54, die regionale Musiksendung Kopfhörer. Als ersten Gast darf ich begrüßen Thomas Kießling. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr drauf. Es wird bestimmt eine spannende Angelegenheit mit dir als Talkmaster. Bestimmt super, freue mich drauf. Ich freue mich mit dir als ersten Gast und schalten Sie ein, seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.